Besonders in der Krise haben wir gemerkt, dass gutes Qualitätsmanagement das A und O jeder Praxis ist. Daher freue ich mich sehr, dass meine für das PKV-Institut erstellte Fortbildung zur zertifizierten Qualitätsmanagement-Beauftragung für MFAs und ZFAs Ende Oktober starten konnte. Mit diesem Fernlehrgang lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs Monaten berufsbegleitend, vollständig von zu Hause aus und im eigenen Rhythmus alles, was sie wissen müssen, um QM in ihrer Praxis einzuführen und umzusetzen. Angefangen bei den Grundlagen und Werkzeugen des QM, über das Projekt- und Zeitmanagement, bis hin zur Erfolgsbewertung dessen, was bereits im Praxisalltag gelebt wird. Ich weiß, dass das zunächst zusätzlichen Aufwand bedeutet, aber mit einer gut ausgebildeten Qualitätsmanagement-Beauftragten ist ein Schritt in die richtige Richtung und in eine entspanntere Praxiszukunft getan. Einige Praxen fragen sich, warum sie gerade jetzt das Qualitätsmanagement auf den Prüfstand stellen sollen, wo sie im Augenblick genug anderes um die Ohren haben. Ich meine, mit einem lebendigen Qualitätsmanagement sind Arbeitsabläufe und Verantwortlichkeiten klar geregelt, jeder Fehler führt zu einem Lernprozess, das Team spart Zeit durch eine immer effizientere Organisation. QM bringt für alle im Team und besonders auch den Patienten nur Vorteile mit sich, besonders weil die Behandlung dadurch nachgewiesenermaßen auch qualitativ steigt. Und das sind nur ein paar Gründe, warum man lieber heute als morgen mit QM beginnen sollte. Neugierig? Dann schauen Sie sich die Inhalte gerne an unter Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Fernlehrgang zur Qualitätsmanagement-Beauftragten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Fernlehrgang.